Shanghai, Faszination einer Metropole. Pulsierendes Leben, mobile Menschen. Eine Stadt mit einer stolzen Tradition, offen für das Neue. Shanghai setzt auch in Verkehr Maßstäbe und hat der Welt etwas voraus. Die Magnetschnellbahn Transrapid. Die berührungsfreie Magnetschwebetechnik. Sie ist schnell, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Und bringt so eine neue Qualität in die Mobilität. Die Magnetschwebebahn Transrapid verbindet die Longyang Road Station mit dem Flughafen Pudong International. In Shanghai beginnt und endet eine Flugreise mit einem Flug in Höhe 0, auf First Class Niveau. Bereits in kurzer Zeit beschleunigt der Transrapid auf 430 Stundenkilometer. Komfortabel, sicher und leicht. Auf der Reise schwebt der Transrapid zu Asiens modernstem Airport. Die Magnetschwebebahn Transrapid Der Transrapid in Shanghai. 430 Stundenkilometer schnell, sicher und bequem. Ein Flug in Höhe Null. Einschäbren. Wir müssen uns zum nächsten Mal. Wir sind gleich bei dem Essen. Die Flugzeuge ist knapp. Es ist schnell, dass wir die Flugzeuge schnell schnell werden. Die Flugzeuge sind knapp. Das ist die Flugzeuge. Der Flugzeuge ist schneller. Die Flugzeuge ist schneller. Shanghai, eine Stadt, die die Menschen immer wieder fasziniert und sie in ihren Bann zieht. Der Transrapid macht sie um eine Attraktion reicher. Untertitelung des ZDF, 2020